ihr wisst was das heißt es geht heute weiter sonntag der erste september ja freunde nachdem ich gestern abend doch noch was für die kriter gemacht habe ja kann man so sagen das gefilmt habe während das andere video am hochladen war bleibt mir ja nichts anderes übrig als heute eine rückschau zu machen und ein video zu machen ja so einfach ist es herausgefallen aus dem bett bin ich heute sehr sehr spät nach zwei vergeblichen versuchen zum aufstehen naja egal mittlerweile haben wir es gleich halb drei ein bisschen was mache ich noch aber jetzt lassen wir erst das motorrad vorbeifahren gucken wir erst was ich gestern abend noch gemacht haben ist so freunde kurzer rückblick sozusagen wir haben es immer noch samstag und zwar 25 vor elf also 22 uhr 35 und drinnen habe ich das letzte video schon am rändern umrödeln wie ich immer so schön zu sagen pflege ja aber ich bin heute noch nicht ganz fertig hätte ich das ja jetzt alles noch mit reingenommen ja dann hätte es ja noch länger gedauert nein schauen wir hier runter das ist die mittlerweile geht es wieder die grillpfanne die was komplett roh war also nicht so schön voreingebrannt wie bei petro max leider und ich habe beschlossen oder mein schatz hat beschlossen nein wir haben beschlossen dass man die heute definitiv noch einbrennen weil durch ein sehr dummes 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 missgeschick hat die platte heute nacht etwas feuchtigkeit abbekommen ja hat zum rosten gleich angefangen ist ja klar komplett blanker bus und mein schatz hat gescheuert wie verrückt um den rost raus zu bekommen ja und ganz klar gleich ein öl und einbrennen das erste mal habe ich sie jetzt schon auf den grill gehabt mit öl eingebrannt das mache ich jetzt noch mal also sprich rohe platte eingerieben mit öl auf den grill der hat immer noch gut temperatur dann runter genommen bis abkühlen lassen noch mal einölen und wieder rüber auf den grill ja das ist das eine und das andere möchte ich heute noch eine frage beantworten in der griff rosa drin bevor ich das jetzt morgen vergessen habe ja und das machen wir jetzt nachdem ich hier noch mal eingeölt habe so leute und so lassen wir das ding jetzt noch ein bisschen vor sich hin schmuggeln ho ist das lecker hahaha gemeint ricko dann über so freunde mir ist noch eine frage angefallen noch was die lichtschläuche warum habe ich die nicht einzeln zum schalten macht hatte ich ursprünglich geplant ich habe extra einzelne steckdosen gekauft gehabt war ursprünglich auf diesen schalter geplant zum einzelnen schalten ja und dann habe ich diese doppelsteckdose hingemacht und verdammt noch mal doppelsteckdose heißt einmal strom anschließen beide steckdosen strom ja deswegen gehen jetzt beide lichtschläuche auf einmal aber ich finde es jetzt gar nicht schlimm also wenn man hier herin hockt so hell ist es jetzt auch nicht man merkt ja die videos sind relativ dunkel hier drin es passt soweit mein schatz gefällt mir gefällt unseren besuch hat sehr gut gefallen also wir lassen die lichtschläuche auf einem schalter und der andere wird dann irgendwann eine zusatz beleuchtung wenn ich videos macht dass man einfach mehr licht haben gut das andere war hier dieser kohlenmonoxid warner da wurde geschrieben macht ja sieht man das überhaupt ja da wurde ja geschrieben macht ja sehr viel sinn den in dieser höhe abzustellen ich nehme mir hier mal den meterstab stecke den hier durch und in welcher höhe sind wir bei ein meter 43 in etwa ja und jetzt hole ich die anleitung raus dazu die beste wirksamkeit wird erzielt wenn der melder wenigstens 1,5 meter über dem boden und 1 85 vom entsprechenden haushaltsgerät entfernt montiert wird aber ein meter 50 vom boden ich musste jetzt hier rüber gehen weil zum lesen war es mal in der kohle definitiv zu dunkel also somit bin ich mit 1 43 doch in einer guten höhe für den co melder kohlenmonoxid melder oder etwa nicht sorry aber bevor man kommentare abgibt sollte man sich vielleicht vorher schlau machen ja das ist halt nun mal also ne man kann sich täuschen man kann sich irren aber irren ist menschlich und man muss dazu stehen gut ja das war es dann aber wirklich für heute weiter geht es dann morgen da mache ich bestimmt noch irgendeine kleinigkeit für euch ist es ja jetzt heute ok sieht doch gut aus wunderbar wunderbar somit haben unsere gusseiserne platte fast runtergeschmissen und kaputt gemacht scheiße man jetzt muss ich erstmal doch atmen ja die freue mich jetzt hier habe ich über nacht einfach drauf liegen lassen und ja ausbrennen lassen einbrennen lassen genau wo mir geht die pumpe immer noch was machen wir jetzt heute ich werde mal den spieß auspacken und anbauen dass man das auch jetzt mal gesehen haben und dann höchstwahrscheinlich fange ich an zusätzliche steckdosen zu positionieren ja wir brauchen ja an strom dann für den drehspieß auch noch ich glaube da könnte diese woche noch was kommen in der kirkota und zwischendrin sollte ich jetzt mal anfangen noch die anderen zwei videos zwei stück müssten glaube ich noch auf der festplatte sein die noch bearbeiten ja damit man mit den grillvideos dann direkt im anschluss weitermachen können weil das nächste video dann ähm mit dem drehspieß wird ja ein reines grillvideo wieder werden ja und dass das nicht aus der reihe tanzt muss ich die anderen videos bearbeiten ok was wir noch machen ist mal gucken wie das funktioniert äh den grillrost schnell sauber zu machen äh den grillrost ähm den kohlenrost das gusseiserne teil und äh die asche auszuleeren das machen wir jetzt auch noch auf die schnelle was ich mir ja auch schon überlegt habe für hier herinnen da gibt es ja für die Öfen diese kompletten Sets da wo ein Besen und 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 sowas dabei ist und hau mich tot ähm ob ich mir da nicht sowas komplettes kaufe und hier rein tue das wäre vielleicht auch nicht verkehrt dann war ja noch die Lage ähm ob man das Ding komplett zumachen kann dass die Kohlen ausgehen nein kann man nicht das ist keine Weberkugel das ist ja im Prinzip eine offene Feuerstelle da herrschen andere Gesetze da herrschen andere Gesetze da herrschen andere Gesetze na nun so nehmen wir mal das Taschür aus dann war der Luftschieber nicht ganz offen dass die Tasche herrten hoch fallen können so und dann ziehen wir die Schokolade raus ja dann nochmal sie und die kann ich jetzt nehmen und ausleeren und wieder unten reinschieben was ich mir auf alle Fälle hier angewöhnen muss ist dass ich mein Hauptfeuer in diesem Bereich hier hinten mache weil ja der Schieber in diese Richtung aufgeht ähm hier die Hauptluftzufuhr ist und hier wird es dann weniger also in Zukunft wird dann in dem Bereich eher mehr der indirekte Bereich sein und hier dann die volle Pulle ja so gut das haben wir jetzt soweit dann gehe ich mir schnell mal die Kohlenflossen waschen und dann überlegen wir uns das mit den Steckdosen hm da bin ich ja jetzt gespannt wie ich das löse ja so Freunde da hinten habe ich jetzt schon das ganze Zeug für diesen Drehspieß ich bin jetzt echt am überlegen wie rum ich das ganze Zeug aufbaue ob ich den Spieß mal jetzt bis gleich drehen den Spießmotor auf die Seite oder auf die Seite aber ich würde fast einmal tendieren dass der Spießmotor immer hier vorne ist weil äh wenn ich die Steckdose dann vorne beim Eingang mache ist der Kabelsalat nicht so lang gut gucken wir mal ach ne bleibt mir nichts anderes übrig als den noch um aufzubauen dass der Spießmotor hinten ist warum ich habe es vorher gesagt ich möchte das Hauptfeuer da ist also müsste dann das Grillgut mir auf dieser Seite drehen ha habt ihr das gehört jetzt ist das Teil ganz unten auf Anschlag da können wir dann unser Grillgut aufschließen und eben dann noch die gewünschte Höhe einstellen Vorsicht Spoiler Alarm der Spieß bleibt gleich drauf aber das habe ich glaube ich vorher auch schon gesagt und ich denke ein oder zwei Hähnchenbroiler wie auch immer ihr sagen wollt dazu kriegen wir da locker drauf oh das wird eine Gaudi werden das wird eine Gaudi werden jetzt muss ich mir natürlich noch was überlegen lasse ich hier unten drin offen dass das Fett direkt runter tropft oder tue ich mir da irgendwas drunter um das Fett aufzufangen das wird man dann sehen gut nächster Tipp was ich habe sollt ihr vielleicht noch jemand eine Grillgut da bauen überlegt euch vorher wo das Zeug hin soll weil hier wäre jetzt eine Bodensteckdose richtig geil gewesen da unten Moment also das wenn wir eventuell vorher gewusst hätten darüber nachgedacht oder ähnliches dann hätten wir hier vielleicht eine Bodensteckdose rein gemacht das wäre natürlich richtig 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 geil gekommen aber jetzt extra noch mal den kompletten Boden rausreißen ne mit Sicherheit nicht obwohl ne 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 machen wir nicht machen wir nicht das wäre dann doch zu viel Arbeit aber wie gesagt hier eine Bodensteckdose hin wenn man genau weiß wo der Drehspieß hinkommt oder wenn man den vorderen Bereich Richtung Eingang dreht dann da hin also da drüben hin das wäre noch eine Überlegung wert da muss man sich halt vorher die Gedanken drüber machen ich heiße den Boden nicht mehr auf nein 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 aber auf die ganzen Jahre gesehen oh fuck man scheiße müsste der Grill raus müsste alles wieder raus oh ne 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 außer man könnte von vorne das Kabel rüber schieben oh David wollte heute noch vorbeikommen rede ich mal mit dem vielleicht haben wir ja tatsächlich noch eine Idee und gucken ob wir da unter Umständen noch ein Kabel durchpropeln können geil wäre es natürlich das andere was ich noch nachgeordert habe Leute ist so eine Schublade weil Stauraum ist doch nichts zu ersetzen doch noch mehr Stauraum weil ich möchte hier unten drunter auch nochmal eine haben ja definitiv hm soll ich jetzt warten erst bis der David kommt bevor ich hier irgendwo andere eine Steckdose hinmogs oder nicht hm das ist jetzt wieder so eine Frage ich rufe mal schnell an so Freunde an dieser Stelle breche ich dann hier herin für heute ab weil ich wieder dumme Ideen bekommen habe wie gesagt einmal die Bodensteckdose das möchte ich jetzt aber heute noch mit dem David abklären ob wir das machen weil dann bestelle ich eine gesehen habe ich da schon was schönes und dann das nächste ist wegen eben Zusatzbeleuchtung da bin ich jetzt nämlich am überlegen einmal hier in dem Bereich irgendwo und drüben neben der Tür zwei so kleine Scheinwerfer hin zu machen wo dann hier noch schön runter strahlen und dann hätten wir mit Sicherheit genügend Licht für Videos ja und da habe ich auch schon ein paar nette Scheinwerfer gesehen aber das kommt dann eben zu einem anderen Zeitpunkt wenn es soweit ist gut dann wäre das eigentlich mit dem Video heute schon soweit alles wir überlegen uns da was was wir machen und wenn es soweit ist hole ich euch wieder dazu und dann gibt es definitiv noch ein Beleuchtungsteil ja vielleicht mache ich jetzt heute noch hier mit dem Brettchen ein bisschen das einpassen oder so weiß ich alles noch nicht wir werden sehen ja auf alle Fälle Leute wir sehen uns dann das nächste Mal